Rettungsaktion beim Spiel Schalke gegen Bayer Leverkusen für einen Zuschauer kam die Hilfe zu spät. Ein Fan musste auf der Tribüne wiederbelebt werden, starb aber. Was bedeutet das 0-3 gegen Bayer Leverkusen für Schalke? Eine Analyse Die Fans des FC Schalke 04 haben ein feines Gespür dafür, dass es keineswegs nur das rein sportliche Geschehen ihres Herzensvereins betrifft. In den letzten zehn Minuten des Bundesligaspiels gegen Bayer Leverkusen legte sich Schweigen über die Weltins-Arena. Die Nachricht von einem medizinischen Notfall auf der Südtribüne verbreitete sich schnell, auch die Werkself-Anhänger hörten fortan auf, ihre Spieler anzufeuern und feierten sogar den dritten Treffer der Rheinländer. Mit dieser Nachricht haben wir gesehen, dass es manchmal viel wichtigere Dinge gibt als eine Niederlage, sagte Trainer Thomas Reis, als bekannt wurde, dass der Schalker Anhänger trotz Reanimationsversuchen nicht wiederbelebt werden konnte. Mein Beileid an die Familie